Wie viele Gefangene haben das Lager passiert? Zwischen 25.000 und 30.000. Alle Namen stehen im Register. Wo wolltest du hin? In die Schweiz. Italien wäre besser gewesen. Wo hast du das Buch her? Von meinen Vermietern. Sie haben es zurückgelassen, als sie geflohen sind. Was heißt das? Das bedeutet Papa auf Persisch. Ich bin kein Jude! Ich bin Perser! Ich habe meinen Perser gefunden. Aber wissen Sie, dass er ein echter Perser ist? Was hat er gesagt? Natürlich hat er das. Und wenn er lügt? Was ist das? Heißt Vater in meiner Sprache. Wie heißt der Hauptstadt von Persien? Teheran. Was heißt Mutter? Mutter. Hunter. Mehr als alles auf der Welt, haße ich Lügen. Wenn du lügst, dann wirst du das bereuen. Nach der Arbeit kommst du jeden Tag zu mir und bringst mir deine Sprache bei. Brot. Brat. Fleisch. Ganker. Nach dem Krieg will ich nach Thera. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant helfen. Farsi ist eine schwere Sprache. Wo setzen wir diese 40 Wörter in Farsi? Das sind nur 39 Wörter. Schreib uns das zu. Welches? Wie wär's mit Wahrheit? Dieser Gefangene. Der. Der betrügt sie. Ich soll 40 Wörter in einer fremden Sprache erfinden. Sie zu erfinden geht, aber alle im Kopf zu behalten? Ist unmöglich. Brot. Ratsch. Ratsch. Wie viele Wörter hast du bisher schon gelernt? 1500 Wörter. Lass uns sprechen. Ich habe ein Gedicht verfasst. Es hat mir sehr gefallen, Herr Hauptstadtführer. Sag Klaus zu mir. Würde ihn ja einfach umbringen. Was ist, wenn er abhaut? Nein, das hat noch keiner gesagt. Wo ist er? Gefangener Reza Thun! An seiner Stelle warst du bereit, mit diesem kaufenden Namenloser zu sterben? Sie sind nur namenlos, weil du ihren Namen nicht kennst. Aber sie sind kein bisschen schlechter als du. Wenn nicht, so sind sie keine Mörder. Ich bin kein Mörder. Du saust dafür, dass die Mörder gut speisen. Ich bin auch müde. Wovon? Von der Angst?